So, da bin ich wieder. 13.15 Uhr und ich bin jetzt auf der Stadtmauer von Bratislava. Wie gesagt, kann man besichtigen, man muss keinen Eintritt zahlen, wie schon erwähnt. Das geht nämlich ganz woanders hin. So, Handy weg. So, jetzt wird das Verwackelte. Da ist die Stadtmauer. Jetzt nach hinten. Es ist recht kühl, gut. Besser als 20 Grad und Blutshitze. Aber der Nebel verschwindet nicht. Hier muss ich aufpassen. Ich bin jetzt hier einfach mal um die Kurve gegangen. Muss ich noch schauen, wenn ich hier rauskomme, aber es schaut gut aus. Jetzt hier um die Kurve. Das möchte ich übrigens zeigen. Hier. Hier. So, da gehe ich jetzt runter. Hier ist schon der Ausgang. Ich möchte Richtung Zentrum, denn dort habe ich etwas Interessantes entdeckt, beziehungsweise eine Information bekommen, was sich dort befindet. Und das zeige ich euch gleich. Bis bald. Ciao, ciao.